Fang an. Investiere. Simples Beispiel Aktien. Wenn du dich mit Aktien beschäftigen willst und du gehst beispielsweise mit dem Ansatz, den wir für unsere Mandanten fahren, dem Value Investing Ansatz ran, dann lerne, wie man Unternehmen bewertet. Dann lerne, wie man den Preis für ein Unternehmen festlegt, den du bereit bist zu zahlen. Dann lerne, wie man einen Abschlag formuliert. Dann lerne, wie Orders funktionieren. Dann lerne, wie Risikomanagement funktioniert über Stop Loss, falls du irgendwelche Risiken minimieren willst. Dann lerne, wie man ein Depot einrichtet. Dann lerne, wie man Marktbewegungen analysiert und möglicherweise im besten Fall sogar vorhersehen kann. Plus, minus eine entsprechende Zeitspanne von mehreren Wochen, die man am Anfang ganz sicher dafür braucht. Also lerne alles, was es dafür zu lernen gibt. Wo holst du dir die Informationen her, um ein Unternehmen zu bewerten? Fang nicht an, auf verschiedenen Spielwiesen zu spielen. So darfst du das verstehen, wenn es darum geht, mach eine Sache richtig.